Hallo zusammen, ich bin Anton. Ich bin 15 Jahre alt. Ich habe ziemlich große Probleme mit meinen Eltern. Kann ein Vater seinen eigenen Sohn beneiden? Mein Dad ist neidisch, weil ich in nur vier Monaten so viel Geld verdient habe, wie er in zehn Jahren. Jetzt verdiene ich sogar noch mehr. Und was ist mit meiner Mutter? Meine Mom ist neidisch, weil ich trotz all ihrer Versuche, mich aufzuhalten, reich geworden bin. Alles begann, als mein Mathelehrer eine Ankündigung machte. Leute, ich sehe euch jetzt die ganze Zeit zocken. Genug jetzt. Wie wäre es, wenn ihr ein eigenes Spiel entwickelt, das andere spielen können? Ab nächsten Monat gebe ich im Programmierclub einen Kurs für Handyspiele. Wer mitmacht, hat am Ende des Kurses ein eigenes Spiel entwickelt. Vielleicht denkt ihr, dass mich die Idee sofort begeisterte. Das war aber nicht so. Ganz ehrlich, ich habe damals bei dem Wort Programmierer nur an einen Streber mit dicker Brille und ohne Freunde gedacht. Aber mein Schwarm Marie meinte, tolle Idee, ich bin auf jeden Fall dabei. Vielleicht waren Programmierer also doch nicht solche Streber. Wenn Marie hinging, wollte ich auch dabei sein. Ich wollte mich nämlich schon seit Monaten mit ihr auf ein Date verabreden. Im Kurs könnte ich sicher etwas mehr Zeit mit ihr verbringen. An jenem Abend erzählte ich meinen Eltern von dem Kurs. Ich sagte, mein PC ist echt langsam. Mit einem neuen Laptop könnte ich überall programmieren. Dad sagte, du willst programmieren? Mein Sohn, verstehe mich nicht falsch, aber das ist etwas für schlaue Köpfe. Verschwende deine Zeit nicht. Ich war wütend. Dad, was meinst du damit? Schrie ich. Und Mom sagte, Anton, schrei nicht rum. Meinst du, bei uns wächst das Geld auf Bäumen? Du kannst nicht erwarten, dass wir unser Geld für solch lächerliche Ideen verschwenden. Sie stimmte Dad also zu. Zu streiten war zwecklos. Sie hatten mich noch nie ernst genommen. Wie immer musste ich mich selbst darum kümmern. Als der Kurs begann, wurde mir klar, dass es gar nicht so einfach war, so ein Spiel zu entwickeln. Aber ich war froh, mehr Zeit mit Marie zu verbringen. Sie wusste noch nicht, was ich für sie empfand. Aber wir verstanden uns super. Wir redeten die ganze Zeit. Eines Tages erzählte sie mir etwas, das mich sehr verletzte. Ich machte den Kurs ja eigentlich nur wegen Marie. Aber sie war nur wegen Kai hier, dem Gründer des Programmierclubs. Alles, was sie wollte, war seine Aufmerksamkeit. Ich war am Boden zerstört, als sie mir das gestand. Konnte natürlich aber nichts sagen. Eines Tages sagte unser Mathelehrer, Leute, ich habe eine gute Idee, um euch zu motivieren. Am Ende des Kurses gibt es einen Wettbewerb. All eure Klassenkameraden werden für ihr Lieblingsspiel abstimmen. Der Entwickler des Spiels mit den meisten Stimmen gewinnt einen Preis. Kai sagte, Ich programmiere schon seit ich acht bin. Ich habe schon drei Spiele entwickelt. Es wäre unfair, wenn ich auch mitmache. Das ließ Maria nicht zu. Kai, bitte, wenn du nicht mitmachst, wird die ganze Schule uns auslachen. Mindestens einer von uns muss doch ein gutes Spiel entwickeln. Kai schaute sie an und sagte, Wenn das so ist, mache ich mit. Aber nur, weil Marie das möchte. Marie lief rot an. Kai und Marie flirteten direkt vor meinen Augen. Und ich schaute zu, wie in einer Seifenoper. Plötzlich hatte ich eine Idee. Könnte ich Marie beeindrucken, wenn ich das beste Spiel entwickelte? Vielleicht dachte sie wie mein Dad, dass Programmierer schlau sind und hatte sich darum in Kai verknallt. Ich würde es versuchen. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich wollte den Wettbewerb gewinnen und Marie beeindrucken. Zuerst musste ich natürlich eine gute Idee für ein Spiel haben. Marie stand total auf japanische Kawai-Figuren. Sie trug oft Klamotten mit Kawai-Kätzchen oder Häschen. Ich war mir sicher, dass ihr ein Spiel mit diesen Figuren gefallen würde. Nach meiner Entscheidung arbeitete ich buchstäblich Tag und Nacht. Eines Nachts wollte ich mir etwas zu essen holen und stieß versehentlich eine Flasche Milch um. Das Geräusch weckte meinen Dad. Ich war schon wieder im Zimmer am Arbeiten, als er reinkam. Er fing an rumzuschreien und fragte, warum ich so spät noch wach sei. Ich erklärte, dass ich an meinem Spiel arbeitete. Er sagte, du verschwendest also unseren Strom? Und steckte den PC aus. Ich war am Boden zerstört. Stundenlange, harte Arbeit war einfach futsch. Als mein Dad den Stecker zog, ging meine Arbeit vom ganzen Tag verloren. Aber ich konnte nichts tun, denn bei uns zu Hause regierten meine Eltern. Sie dachten, sie könnten tun, was immer sie wollten. Seit diesem Vorfall schikanierten mich meine Eltern. Immer wieder versuchten sie, mich vom Programmieren abzuhalten. Sie ärgerten sich über mich, obwohl sie eigentlich stolz sein müssten. Also musste ich nach der Schule im Informatikraum arbeiten. Einmal kam Kai zu mir rüber. Als er die Kawaii-Figuren auf dem Bildschirm sah, sagte er, ich bin Klassenbester und wie es aussieht, bist du der Schlechteste. Machst du ein Spiel für Babys? Er lachte mich aus. Ich versuchte gelassen zu reagieren, doch was er sagte, verunsicherte mich. Ich liebe mein Spiel, aber ich hab's noch nie jemandem gezeigt. Vielleicht ist es gar nicht so toll, dachte ich. In dieser Nacht tat ich vor Aufregung kein Auge zu. Am Ende des Kurses sagte unser Mathelehrer, wir werden all eure Spiele in den App-Stores hochladen und den Wettbewerb in der Schule bekannt geben. Dann können eure Freunde die Spiele herunterladen, ausprobieren und für ihr Lieblingsspiel stimmen. Ich hatte mein Bestes gegeben, war aber leider nicht sehr zuversichtlich. Es würde sicher niemandem gefallen. Bestimmt hatte Kai ein geniales Spiel entwickelt. Er würde danach sicher noch beliebter sein, als er es bereits war. Und mich würden alle auslachen, wie immer. Am nächsten Tag sollten unsere Spiele im App-Store erscheinen. Nachts konnte ich nicht schlafen. Ich dachte, hätte ich doch bloß nicht mitgemacht. Kurz vor Sonnenaufgang schlief ich ein. Als ich aufwachte, war es nach 13 Uhr. Mein Handy war aus. Als ich es einschaltete, bekam ich lauter Nachrichten. Ich wurde mit Nachrichten und Gratulationen meiner Freunde überflutet. Die Mädchen liebten die Kawai-Figuren. Der Gewinner war noch nicht bekannt. Aber es sah so aus, als ob alle sicher wären, dass ich gewinnen würde. Ich dachte an Kai's Spiel. Sofort lud ich es herunter. Es war ein Plattformspiel. Es war nicht schlecht, aber mittelmäßig. Es gab schon tausende ähnliche Spiele. Es war nichts Besonderes und nach fünf Minuten langweilte ich mich. Kai's Spiel schien ein riesiger Reinfall zu sein. Und ehrlich gesagt war ich froh darüber. Eine Stunde später war ich in der Schule. Als ich reinkam, wurde ich wie ein Rockstar begrüßt. Das Beste war, dass Marie auf mich zustürmte und mich umarmte. Hast du Kai's Spiel runtergeladen? Ich hätte mehr erwartet. Niemand mochte es, sagte sie. Es war klar, wer der Gewinner beim Kampf zwischen Kai und Anton war. Es bedeutete mir viel, dass ich den Schulwettbewerb gewonnen hatte. Zu meiner Überraschung war mein Spiel über Nacht zu einem der am häufigsten heruntergeladenen Apps geworden. Eine Woche später lockte ich mich in meinen App Store Account ein und konnte nicht glauben, wie viel Geld ich verdient hatte. Wenn das so weiterging, wäre ich reich. Und so war's. Im Moment habe ich ziemlich viel Geld auf meinem Bitcoin-Konto. Und ratet mal, was ich als erstes gekauft habe und für wen. Wenn ihr dachtet, es wäre für Marie, liegt er falsch. Ich habe meinem Mathelehrer einen Sportwagen gekauft. Außerdem gebe ich ihm 20% all meiner Einkünfte. Er hat's verdient, denn die besten Dinge in meinem Leben habe ich seinem Kurs zu verdanken. Ich erzählte meinen Eltern, dass ich den Wettbewerb gewonnen hatte. Wie ihr wisst, kamen wir schon eine Weile nicht besonders gut klar. Ich musste darum kämpfen, um das Spiel fertigzustellen. Sie haben nie an mich geglaubt. Und doch waren sie meine Familie. Ich wollte mein Glück mit ihnen teilen. Wir saßen beim Abendessen. Aufgeregt erzählte ich ihnen von den Nachrichten, die ich bekommen hatte, wie mir alle gratulierten, als ich in die Schule kam und dass mein Spiel so beliebt war. Sie aßen einfach weiter, ohne mir überhaupt zu antworten. Dann sagte mein Dad, das mit dem Spiel ist jetzt vorbei, oder? Wir haben jetzt genug von diesem Unsinn gehört. Ich traute meinen Ohren nicht. Nein, Dad, es ist nicht vorbei. Es geht gerade erst los, schrie ich und lief aus der Küche in mein Zimmer. Das war am ersten Tag. Ich hatte noch keine Ahnung, dass mein Spiel weltweit Erfolg haben und ich mehr Geld verdienen würde, als ich mir je vorstellen konnte. Da ich das alles noch nicht wusste, wusste meine Familie das auch noch nicht. Ich hatte nur erzählt, was in der Schule passiert war. Aber leider hatten sie mich enttäuscht. In den nächsten Tagen wurde mir klar, dass ich reich war. Meinen Eltern sagte ich aber nichts. In den sozialen Medien ging mein Geschenk an meinen Lehrer um und meine Mom erfuhr davon. Sie kamen in mein Zimmer. Woher kommt all das Geld? Hast du etwa mit dem Spiel Geld verdient? Warum hast du uns nichts gesagt? fragten sie. Ja, ich habe viel Geld mit dem Spiel verdient und verdiene immer noch daran. Da ihr euch nicht für mein Spiel interessiert, dachte ich, dass euch das Geld, das ich verdiene, auch nicht interessiert. Die beiden regten sich total auf. Als mein Dad sagte, Anton, wir sind deine Familie, du bist jung, du kannst noch nicht einmal ein Bankkonto eröffnen, du musst uns das Geld geben, antwortete ich, ich kaufe Bitcoin, keine Sorge, ich habe jetzt sogar noch mehr ohne einen Finger zu rühren. Das ist jetzt schon einige Monate her. Meiner Familie habe ich keinen Cent gegeben. Sie nerven mich ständig damit. Sie sind total neidisch, weil ich in ein paar Monaten mehr Geld verdient habe, als mein Dad mit jahrelanger Arbeit. Aber ich bin wütend und traurig. Alles hätte anders kommen können, wenn sie sich einfach mit mir gefreut hätten. Ich kann ihnen weder vergeben noch vergessen, was sie getan haben. Gestern erwischte ich meinen Dad auf meinem Instagram-Profil. Er schaute sich die Fotos, die ich gepostet hatte, ganz genau an. Daran, wie er die Fotos ansah, konnte ich sehen, dass er total neidisch war. Ich rief Marie an und erzählte es ihr. Sie lachte und sagte, Schatz, du übertreibst doch. Sie sind deine Familie. Ich antwortete, nein Schatz, ich übertreibe bestimmt nicht. Aber ich mache einfach weiter.